Hey! Sie sagt, flirr mir ganz kurz zu, ich geb ihr gleich wieder Ruh. Aber eine Sache interessiert mich echt. Ist man mit Jetzt statt Irgendwan im Prinzip nicht besser dran? Ich gestehe, wo sie recht hat, hat sie recht Sie sagt, was du machst, mach richtig Alles andere ist nicht wichtig Und auf jeden Fall verpflichtig Nur zu was, was du kannst Güte dich vor Dingen, die im Endeffekt nichts bringen Lass dich nie zu etwas zwingen Das wär echt schlecht Sie sagt, wenn man etwas tun muss Was man gar nicht wirklich möcht Daraus kann nix Gutes werden Wo sie recht hat, hat sie recht Zwangsverpflichten und zu schlichten Das ist immer ungerecht Jetzt ist Zeit, dass sich was ändert Wo sie recht hat, hat sie recht Wo sie recht hat, hat sie recht Wo sie recht hat, hat sie recht Sie sagt, wenn dir was nicht passt Dann setz dich ein dafür und sag's Es gibt immer etwas, was man noch verbessern kann Nicken ist zu wenig Wer den Mund aufmacht ist König Jetzt ist immer besser als vielleicht dann irgendwann Sie sagt, was du machst, mach richtig Alles andere ist nicht wichtig Und auf jeden Fall verpflichtig Nur zu was, was du kannst Güte dich vor Dingen, die im Endeffekt nichts bringen Lass dich nie zu etwas zwingen Das wär echt schlecht Sie sagt, wenn man etwas tun muss Wo sie recht hat, hat sie recht Wo sie recht hat, hat sie recht Zwangsverpflichten und zu schlichten Das ist immer ungerecht Jetzt ist Zeit, dass sich was ändert Wo sie recht hat, hat sie recht Sie sagt, wenn man etwas tun muss Was man gar nicht wirklich möchte Daraus kann nix Gutes werden Wo sie recht hat, hat sie recht Zwangsverpflichten und zu schlichten Das ist immer ungerecht Jetzt ist Zeit, dass sich was ändert Wo sie recht hat, hat sie recht 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 Wo sie recht hat, hat sie recht